Good morning, wie der Kroate sagt, Valar Morghulis. Willkommen zurück zu einem neuen Part Pokémon Blattgrün in randomisierter Form, 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 form. Here we go! Und wir befinden uns im Labyrinth, wie ich es gerne nenne. Und ich habe mich erneut schlau gemacht, ich glaube zum hundertsten Mal während dieses Let's Plays, was meine Drago-Ran-Attacken angeht. Jetzt, Freunde, habe ich einen endgültigen Plan und der klingt vernünftig. Und zwar, hatte ich ja immer im Sinn, dass das Viech doch bitteschön eine Flugattacke lernt, weil es ja immer auch Typ Flug ist. Macht Sinn. Aber, jetzt folgende Idee. Typ Flug ist sehr effektiv gegen Pflanze, Käfer, Kampf. Gegen Kampf haben wir Lepoment das mit Psycho. Muss also nicht sein. Pflanze, Käfer bleibt großteils übrig für Flug. Stellt euch vor, Drago-Ran würde Flammenwurf lernen, was es lernen kann. Dann ist effektiv gegen ebenfalls Pflanze, Käfer, auch noch gegen Eis, auch noch gegen Stahl. Und noch was? Weiß ich gerade nicht. Also das heißt mal mindestens noch ein Typ mehr Effektivität. Und nur gegen Kampf eben nicht, wogegen wir aber ja Lepoment das haben. Das heißt, auch wenn es schön ist, dass es eine Step-Attacke ist, Flug auf Drago-Ran, ist es eigentlich überhaupt nicht nötig. Wenn es Flammenwurf kann stattdessen. Und das erzeugt für mich in meinem Kürbis hier mehr Sinn. Deshalb machen wir das so. Das heißt, wir haben am Ende Donnerblitz, Flammenwurf, Wutanfall, Drache. Und Donnerwelle würde ich sehr gerne behalten, werde ich auch, liebe ich. Genau, das ist jetzt der Plan. Oh, 4K hat die alte Geile Scheiße. Genau, so. Das heißt, oh, die hat nochmal 4K. Nice. Das heißt, wir brauchen definitiv diese 80K für Flammenwurf. Freunde, und dann, genau, und Lepomentas lernt in der Tat keine geile Psycho-Attacke mehr. Es lernt nur noch irgendeine Psycho-Plus oder so. Was aber nur Status verändert, also nichts, was ich geil fände. Oh, warte mal, hat der schon Schweber? Ne, hat er nicht. So, deshalb, und weil ich Lepomentas behalten will. Äh, Batsaeron, ja, Scheiße, haben wir nix. Haben wir nix, doch, Drago-Ran. Äh, weil, was habe ich gesagt? Genau, weil ich Lepomentas behalten will, werden wir jetzt nach dem Kampf ihm auf jeden Fall Psycho-Genese beibringen. Da spricht gerade nichts mehr dagegen, Freunde. Genau, ähm, Erdbeben, was es, glaube ich, in der Siegesstraße zu finden gibt, könnte dann ebenfalls Lepomentas lernen. Weil Despotar selber Erdbeben lernt. Sehr spät natürlich, aber, genau, dann, gut, ist ein bisschen doof, dass wir, achso, ich wollte ja, egal, ähm, ein bisschen blöd, weil wir dann zwei Boden-Pokémon haben quasi, aber, ähm, ist nicht so schlimm. Er ist ja dann Unlicht, Despotar. Er wiederum ist dann Psycho. Das heißt, sie ergänzen sich perfekt, wenn auch gar nicht. Ihr versteht schon, was ich meine. Ähm, daher sehe ich da mal drüber hinweg. Genau, das ist jetzt der Plan, Freunde, der klingt doch geil. Dadurch, dass Drago-Rinjo dann Flammenwurf kann, brauchen wir theoretisch Tornupto nicht mehr. Wodurch wir wieder einen Platz frei hätten. Angenommen, wir hätten keinen Vm-Sklaven. Mal gucken, wer den Platz dann bekommt. Und, was uns vielleicht noch fehlt, an Typie, werden wir dann sehen. So, okay. Soviel dazu. Jetzt erstmal, ähm, Psychokinese. 90, 100, Freunde. Geile Scheiße, 90, 100. Ähm, was ist das denn hier? 90, 100 und Psychstrahl hat was. 65, nämlich. Ja, 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 Freunde. Hat zwar auch 20 AP, aber... Das wird schon klar gehen. Äh, wir haben ja auch noch AP Plus. Im schlimmsten Fall, sozusagen. Können wir die auch noch upgraden. Geil. Psychkinese, Freunde. Nice, Scheiße. Ähm, cool, cool. Warte mal. Äh, ach nee, ich bin im Boden. Ah, ich denke gerade, ich bin ja... Ich schwebe ja. Ich dachte, ich bin... Weil dann hätten wir auch noch Eroass sogar. Aber das wird's wohl nicht... Nee, 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 kann sich nicht. Kazinga kann er Eroass. Warte mal, warum? Warum? Warum willst du Eroass können? Können, können, wollen, können. Wie geht das denn zusammen? Naja. Fragen wir mal nicht weiter nach, ne? So, du hast Geld. Geld für mich. Immer noch Schluck ab. Ich zock das hier gerade alles nacheinander. Nach wie vor Schluck ab. Oh, Psychkinese. Das nicht mal so eindrucksvoll aussieht, wie Psychstrahl, finde ich. Aber wir wissen, das ist eindrucksvoller. Austaus. Äh, nee. Dann nehmen wir mal... Ach, Piotr, Digga, ey. So schwierig, den Piotr da zu trainieren. Mhm, mhm, mhm. Togetik? Wer ist er denn? Ist das Psychotogetik? Ich weiß es nicht. Glaube schon, ne? Oder Flug? Flug? Psycho? Kann das sein? Ist das möglich? Dann müsste und ich ja... Hm. Weiß ich nicht. Steinhagel? Ah. Flug. Nur Flug? Pantimus. Ja, ich schlaf jetzt zwar, aber... Das schaffen wir schon noch mit Bies. Mit Bies. Diese Bärentüte, die habe ich auch immer noch nicht gecheckt, ne? Da soll ich irgendeinen Bärenpuder oder was? Puderdöschen? Ein Glas von Bärenpuder, der mit der Bärenmühle aufzubewahren. Also hier sind meine Bären drin. Die benutze ich, um Bärenpuder zu machen mit der Bärenmühle. Aber... Habe ich nicht gefunden. Ich glaube, das geht ja nur zu zweit. Ist das richtig? Keine Ahnung, ey. Oh, scheiße. Der kann... Wie soll ich? Ich habe einen Steinhagel gemacht. Ah ja, ist okay. Ach so, Zugabe. Ah, na gut. Passt schon. Passt schon. Oh, 1000 Euro. Toll. Danke für nix, ey. Ah! HP Plus, das dritte. Geil. Okay, aber die heben wir uns halt auf jeden Fall auf bis zum Ende. Psychogenese könnte ich mir gut vorstellen, dass das ein HP Plus bekommt. Ansonsten kein Plan. Müssen wir da mal schauen. Was haben wir denn hier? Haben wir hier was Cooles? Nee. Oh, Regi Eis. Na, wenn der nicht mal wieder Explosionen macht, wa? Der Ficker. Oder ich knödel dich weg. Nee. Oh, wow. Ah, ein Volltreffer. Du blödes Vieh. Wir haben jetzt, glaube ich, im Laufe dieses Spiels alle Regis gefunden. Äh. Ah, naja, okay. Alle Regis haben wir hier von nicht eingefangen. Macht nix. Okay, okay. Jo, Psychogenese war. Abschlag. Und mein Münz-Amulett. Na, so ein Schelm. Das ist aber nicht weg, ne? Äh. Level 38. Wieso sind die denn alle so... Ähm. Einfach zu trainieren. Bis auf Pjotata. But. Guck mal, wie easy man mit Lipomentas jeden scheiß Fight machen kann. Kributak? Was ist denn Kributak? Äh. Ist das dieser Krebs? Ah. Ja, 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 ja. Jo. Donner Bleeds. Dö, 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 dö. So, warte mal. Ich glaube, ich muss... Achso, Pjotata. Ja. Ja. Der braucht ja immer noch einen Pott. Ich muss den trainieren, den Lorch. Der muss früher oder später auch 55 werden, ne? Jetzt habe ich aber gerade echt voll Bock mit Lipomentas zu zocken. Oh, 5. Und der eine 5 mal misst. Oh, ne. Oh, ein Lavadus. Okay, cool. Oh, scheiße. Und noch einmal Antikraft. Hm. Reicht. Kann gar mal. Ja, soll er kommen, ne? Komm doch, Junge. Bop. Kusilla. Ja, wir haben ja auch kein Feuer. Wir haben ja auch kein Feuer hier. Nehmen wir, Pjotty. Muss sein, muss sein. Ist das schon ein Eises-Vier, ne? Ja, ja, ja. Easy. Lüpp. Stalunia. Jo. Bleibt. Lüpp. Was? Achso. 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 Das ist doch blöd. Mensch, mit meinem Stahl. Ja, ist egal. Komm, wir ziehen das jetzt hier durch. Ziehen wir durch jetzt. So. Ich denke irgendwie immer, dass es steigen gegen Stahl ist. Habe ich in letzter Folge noch gesagt, es wird hier schön reingebimmelt in die Hörse. Ne. Wieder nicht hängen geblieben, Freunde. Gibt's ja auch nicht. Hm. Nee, stopp. Ist egal. Ist egal. Wir bleiben. Nummer 36, glaube ich. Ja, mach Wuchtler. Bap. Bap. Nicht 36. Na gut. Alle keine Kohle, die löschen. Warte mal. Hier waren wir jetzt rum, ne? Ja, genau. So, da waren wir mal rum. Den haben wir noch nicht. Vier. Ammonitas. Psychogenese. Der Dings gegen alles. Habitak. Warte mal, die lassen wir mal noch, dann ist er 38. Psychogenese. Bap. Herrlich, Freunde. Ah, 39. 39 sogar schon. Geste. Taubos. Ja. Pioti, du bist dann 36. Ah, Steinhagel. Super. Yes. Nur noch 19 Level. Oh, oh. Hm. Hallo. Nur noch 19 Level, Leute. Ist ja easy peasy, Mensch. Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat mhm, so, warte mal, äh, hier, genau, aha, hier sind noch zwei, super, hat diese Vogeldödel ja, die kennen Kohle, oh, Ninja Turm, warte mal, was war das, Geist, ne, Psycho nun nicht, ne, oder, ne, Psycho war's nicht, hab ich denn da gemacht, bis, bis, hab ich gemacht, bis, hab ich gemacht, genau, Pia Tata, du kannst bis, komm mal raus, komm mal raus, zack, äh, Ninkada, ja, da bleiben wir doch direkt hier mal, bap, so, Dodri, ja, komm, Steinhage, Steinhage, was, ich brenne, Steinhage, wow, 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 scheiße, der holt mich ab, äh, Kazinga, bis, oh, crap, Bono Pot, und ein Hypie, äh, Hypie, Supi, supi, okay, so, dann haben wir den hier noch, wieder vier, okay, Lebstähle, super, oh, wow, Hyperstrahl, das erste Mal, oh, der sieht ja spannend aus, okay, kann man machen, Pinsir, ja, den können wir schön wegpinseln, mit, Psychie, 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 oh, da ist ein Insekt, haben wir im Fenster, Depomentas, haha, okay, Depomentas, also, na, sowas, Kazinga, das kann man auch gut, das Viech, Mensch, up, uh, 37, das läuft doch hier wie einem roten Schnürchen, Stollers, joa, lassen wir den, up, alright, Freunde, das könnte der letzte Wesen sein in dem Areal, den hat, ne, warte, ne, den haben wir noch nicht, ne, ne, noch zwei, puh, Junge, Junge, Mundtier, äh, letzte Psychogenese, Hyperstrahl, oha, oha, oho, oho, schlägt viel, hihi, Lebensstelle, Lebensstelle, oh, regi, Eis, äh, ja, da haben wir den Salat, da war erstmal nix gegen, nehmen wir mal Petty, Petty ist immer eine gute Wahl, Stampfer, Stampfer, gut, do it's the last, alter, ja nicht, mega viele Trainer, ey, aber gut, gut für uns, Leute, ich beklag mich nicht, ich hoffe ihr auch nicht, ich brauch die Kohle, Freunde, puh, Belupf, lass mal den mal, passt schon, nein, passt, bab, Volterknecht, ey, du bist schon ein Knecht, Digga, 39, okay, da haben wir auf jeden Fall gut Level gemacht hier, ne, in den letzten zwei, drei Parts, haben wir es jetzt hier endlich, Oha, och du, hi, hier geht's ja noch weiter, ey, okay, warte, das ist ja jetzt, äh, äh, ähm, östlich von Fuchsania, right, Sekunde mal, genau, okay, gut, dann muss ich mal kurz fliegen, ich hab ja gar keine APs mehr hier, für nix, nioh, danke, alright, und weiter geht's, Fleckmannhaus, guck, komm mal von der anderen Seite, so, warte mal, hier müsste der EP-Teiler Eichsein, ja, mit 50 Pokémännern, 50, tja, ja, er sagt 13, das ist Quark, alleine schon, ja, witzigerweise, wer war das, Lipomentas, ja, schaut mal, Nummer, drei Fragezeichen, ne, Weil der scheiß Pokédex ihn nicht registriert, hier, Fragezeichen, ihn hat er 449, Fragezeichen, Fragezeichen, wie bei den meisten, erkennt er halt nicht an, ich müsste halt durchrechnen, wie viel ich wirklich habe, das sind schon mal zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, allein mein Team hier, es sind 13 verschiedene Pokémon mit Entwicklung, einberechnet, plus meine Box, also, auf 30 komme ich bestimmt, ich habe eine volle Box, wo noch Entwicklungen drin sind, die halt dann zählen, ähm, ob ich auf 50 komme, weiß ich nicht, um mir den EP-Teiler auf, ja, also, mit gutem Gewissen cheaten zu können, sozusagen, das weiß ich nicht, müsste ich mal nachschauen, äh, Mittag, warte, nein, Stein, nicht gegen Stahl, bing, 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 Lass Psychogenese machen, hilft immer, oh, hilft ein Scheiß, okay, nix da hilft, Feuer würde helfen, haben wir nicht, ist der überhaupt Stahl, ne, der ist Psycho auch, der Dödel, ne, ach komm, ist egal, ich werde es schon irgendwie hinkriegen mit Piotta, wenn wir schon irgendwas hier rissen kriegen hier, bis, jo, das geht auch, oh, sehr effektiv, ja, die schafft mal, komm, ich hatte aber noch 37 gepusht, Mouchas, lassen wir, lassen wir, Fuchtler, oh, Eis, nicht gut, ah ja, geht noch, Fuchtler, Eis, Speer, fast, wer kommt, Faxaloko, soll er machen, ja, nope, okay, next, oh, Leute, hier sind noch so viele, Habitak, Habitak, Antikraft, Nebulak, der können wir Piotta nehmen, bis, yay, 37, schigi, 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 Petty, Petty, Petty aufrohr, ja, komm, lass mal, Petty, mach auf, Digga, alter, Punk, okay, check, next, die Beldra, oh, okay, Antikraft, oh, bringt da nichts, okay, der ist wohl nicht flug, wie es aussieht, was ist denn nur Drache, ist ja purer Drache, oh, okay, 40, holy shit, wie schnell haben wir denen noch 40, die Push, Leute, okay, ich muss jetzt aufhören mit dem, ähm, mal aufhören, echt, sonst wird er mir zu übermächtig, nicht, Fuchtler, mhm, okay, dann muss ich jetzt mal, was, was, Tinguist, ne, ja, ja, dann, der ist auch Psycho, achso, ich bin noch am Fuchteln, ja gut, äh, dann muss ich jetzt mal, die Dingsbums austauschen, warte mal, ich geb erstmal schnell im Pott, und dann, muss ich mal das Dings jetzt austauschen, das, äh, Münz-Amulett nämlich, dann, hören wir jetzt mal auf mit Lipomentas, dass wir erstmal alle auf gleiche Ebene kriegen, was hat Piotta denn überhaupt, achso, Schattenglas, naja gut, drauf geschissen, drauf geschissen voll, ne, tick, 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 Münz-Amulett, auf Piotta, auf Flinkklau, ah, ja gut, auch egal, krieg die direkt, Lepo hier, okay, nein, oh Mann ey, immer dieser eine, klick, so, und du tausch mit Mr. Piotty, ja, gut, weiter jetzt, bing, drei Pokémena, Kustila, ist auch psycho, gell, ja, Lepo, Tortog, uh, uh, okay, cool, dann, mhm, mhm, Draghi, haben wir den auch fast auf 40, dann haben wir bei, alle ganz gut auf 40, bald, äh, wo denn, wo denn, hier, Peter, komm mal rein, Gundula, schaupla, oh no, oh no, 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 ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es, oh, ah, Gundula, ey, du bist mir eine Gundula, Junge, oh, wie viel kommen denn da noch, Leute, ah, das ist ja unfassbar, wie viele Trainer, sie hier sind, Groink, wer ist Groink denn, Psycho, ist ja Psycho, richtig, ja, oh, diese Verwirrungskacke, oh, Gott sei Dank, Goldini, nee, will ich jetzt, kriegst du, oh, 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 ey, die, kacke, echt, ey, schwer zu trainieren, das Viech, 80, komm, da hauen wir jetzt mal die Limo weg hier, Folienschlag, das hat keine Wasserattacke gemacht, der Dödel, ne, ist verwirrt, oh, ist verwirrt, ja, ja, doch, was lässt sich so schwer trainieren, ich weiß auch nicht warum, Cremasse, kommt er mir mit Cremasse, nein, gibt mir Erdbeben, what the fuck, nicht schreckend Cremasse, schon wieder ein Podnehmen, ich glaub das nicht, mach ich aber jetzt nicht, 4000 gibt die, ah, ja, die Schönheiten geben alle 4k, das ist super nice, Octillery, den müssen wir ja kriegen, oder was, ich bin so blöd, ich bin so blöd, nein, wie blöd ich bin, ich hab grad überhaupt nicht hingeguckt, und nicht nachgedacht, ich dachte grad, hey, ja, dieses, dieses Feuerviech, äh, nee, äh, fucking, Pippstrahl, Only you, nee, komm, den aufrufe ich weg, 4k, das ist richtig nice, ja, ja, aber wieso bin ich hier nicht einfach geflogen, äh, oh, wie umständlich, ich hätte einfach fliegen sollen, Dödel, okay, wow, den haben wir, den haben wir, haben wir, haben wir nicht, puh, Junge, 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 jeder ein, ah ja, das passt ja immer hier, ja, Schaufler ist auch nicht, ne geile Bodenattacke, muss man mal ehrlich sagen, also ich mag zumindest nicht diese Attacken, die zwei, äh, äh, Phasen brauchen, Fliegen, blabla, Schaufler und so, ich mag das persönlich gar nicht, oh, scheiße, scheiße, okay, gut, 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 ja, darum mag ich auch nicht so sehr mit dem Kämpfen hier, würde ich einfach mal eine geile Bodenattacke können, ich bin schon wieder verwirrt, leck mich, ich mach das nicht mehr mit, dieser verwirrkend Döns hier, Patty, komm, mach das mal jetzt, stopp, wach, so, 38, bing, 11,20, äh, och, Digga, können wir uns hier einmal durchfuchteln, das wäre geil, Sumpex, ne, ich hab da einfach noch nicht das nötige Vertrauen in das Piotr-Tar, was zum Beispiel so ein Viech hier angeht, was, ach so, oh, oh no, das geht ja nicht, der ist ja auch noch Boden, da, klasse, ne, gut, im Notfall geht immer drachenwut, ne, easy peasy, ah, 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 11,25, Kano, mhm, das können wir wieder Piotr-Tar, das können wir doch gut Piotr-Tar, brrrt, Kadabra, ja, haben Biss, super, Mange-Tilo, yes, nehmen wir, ach so, oh, oh, nicht schon wieder, komm, den schaffst du jetzt, komm, schaffst du nicht, yes, okay, Hammers, oh ne, es geht weiter, es geht weiter, Freunde, nach oben hin auch noch, ohne links auch noch, wuhu, krass, wir haben so viel, das dritte Part voll durchgefightet, ne, eins hier, ein Doppelkampf, die auch noch, Regentanz, mhm, ich bin gespannt, wie viel Kohle wir haben, wenn wir ja durch sind, Leute, sorry, okay, wenn die einer, oh, Glück gehabt, ey, ja, easy, so, ein Pokémon fertig, das ist doch geil, so, und ihr habt zwei Luschen hier, was habt ihr, Mewtwo, okay, nice, Mühlensippe, was ist denn das für ein Stranger, die heißen Mühlensippe, hab ich das verpasst, oder, Steinhagel, gegen beide, hm, bräuchten aber eher bis gegen Mewtwo, und, Dampfer, ich glaub, ich geh erstmal lieber auch komplett auf Mewtwo, ich glaub, sicherer, oder reicht das schon, oh, es reicht schon, hm, okay, scheiß, Mewtwo will ich auch haben, Leute, ah, scheiße, siehst du, Mewtwo für Lepomentas später, aber gut, dann ist ja, dann ist der Bums ja auch schon vorbei, kommt da eine Mühlensippe, was ist denn das für ein Duo-Name, ich mein, wenn wir Mewtwo bekommen, später in der Höhle, dann ist da, die Story ja eh schon durch, dann, brauch ich die jetzt auch nicht mehr, zwangsläufig austauschen, im Moment das, um irgendwie eine Chance zu haben, gegen was auch immer, Regie-Eis, ja, der wird mich hier schön wegfrisieren, frisieren, außer ich komme ihm zuvor, ich komme ihm zuvor, Level 39, yes, Wippix, nehme ich, kannst du mir gerne einen Ring schmeißen, zack, okay, gut, okay, 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 und hier kommt noch einiges, Leute, guckt euch das hier an, links, ah ja, hier kommen wir nämlich her, heilige Makrele, ey, komm, einen machen wir noch, und dann müssen wir leider schon wieder, beenden, Hypno, bis, oh wow, oh wow, nice, Till, okay, gut, Freunde, nächste Folge geht's weiter, fleißiges Kämpfen, oder was, ähm, Mühsal, Mühsal, nee, wie heißt das, äh, Mühsel, Mühsalig ist wer, nee, ah, ich komme nicht drauf, Freunde, schreibt es mir in den Kapital, falls ihr wisst, was meine, Müh, Mühsiggang, machen wir im nächsten Part, wenn ich der Feinde, lasst mir doch gerne einen Daumen da, schreibt mir einen Kommentar, wenn ihr Bock habt, bis zum nächsten Part, wünsche ich euch nur das Beste, macht's gut, Freunde, war der Jojeris, und bis bald.